Ins Scriber 1, 2, 3, 4 Dann haben wir 5 Stück Das sind die Elementar-Dinger, genau Was brauchen wir noch? Erstmal nichts Ne, erstmal nichts Wir sehen jetzt hier noch die Lücke verstöhnt Ich kann nicht den Bauch Ich könnte aber hier Ich könnte die gebrauchen Nur als Block zum Bauen Dann nehmen wir eine normale Spezacke Das ist gerade echt eine komische Sache Über das Bauen hier Wir brauchen die 5 Inscriber Wir brauchen Wo pumpt er das nochmal raus? Rechts raus, ne? Und der Effekt 1 1, 2, 3 Okay Boah, jetzt auf der ist die Interfaces hinter Weil die mich hier auch träumen wollen Okay, Interfaces sitzen Jetzt machen wir Die Fakkel mal kurz weg 1, 2 ME-Kabel müssen an den ran 1, 2 Ich habe die Höhe auch nicht dafür, ne? Ich muss den ja so lassen Dann mache ich ihn wenigstens auf Augenhöhe Machen wir so Muss ich das System jetzt ausdrücks mit irgendeiner Sache? Ich muss das auf jeden Fall erstmal im E-Kabel legen Das ist die Grundsache Das ist die Grundsache Sprich wir können auch sagen Let's extract Let's extract all was active So was zum Beispiel Oder all In dieser Reihe Wenn man nur am Bauen ist Aber das kann sich da natürlich dann auch überall Angeben lassen So, jetzt brauchen wir mal ein ME-Kabel Wir werden die als eine Gruppe machen Ich glaube ich muss sie alle verbinden Oder reicht, wenn ich einen verbunden hätte Aber das sehen wir ja gleich Okay, finden wir Ich weiß nicht, ich brauche den Block Muss ich mal schauen Also hier wissen wir auf jeden Fall Dass wir hier oben die Die Logic Die Engineering Die Calculated Und unten das Silikon reinmachen Jetzt muss ich mal schauen Wo muss das Silikon Nachher rein Das Silikon muss nachher unten rein Das heißt wir müssen es Hier reinführen Da kommt das Silikon hin Ah Hier ist das Riesenloch Wo ist denn da die Das sind die ganzen Partikel, ne Ich glaube die machen Auch noch viel Leckzusatz Kann ich das mit nach Ich weiß, da ist hier kein Licht mehr Aber ich glaube die Dinger Leggen extrem auch dazu Oder tragen damit Goodbye Schauen wir mal, ob sie das ein bisschen hier Verbessert dadurch Das hier weiß ich es noch nicht Das schlimm ist an die Dinger, man sieht sie kaum Die hängen überall an der Wand fest Man weiß, wie geht nicht, wo man hinklicken soll Hinklicken darf Hier ist schon wieder einer Wir machen heute in der Folge Alles nicht, was wir sollten Guck mal, da hinkt schon wieder so ein Ding Das ist doch nervig Wie gesagt, die blinken auf Und dann sind sie Denkt man, sie sind weg Dann kommen sie aber wieder Okay, da habe ich alle Oh Gott, kein Saft Ah ja, hier war die Reading Station Für die Sachenumwandlung Aber da haben wir auch Mittlerweile genug Da sind auch so viele Lichter drin Okay Ich will mich beim Hund wieder trollen Ein Moment Hoffen wir mal, dass er jetzt leise ist Einmal kurz pfeifen, dann klappt das meist Nur meist Nicht Dann halt nicht Warum ist da noch was? Alter, kannst du jetzt mal Jetzt will du keine Fackeln, ne? Oder draußen sind Menschen Die er wieder nicht mag Oder irgendwelche Hunde Okay, das Ding hat es jetzt nicht Bisschen aufgehört Und hier habe ich irgendwo noch was Rotes Da Geh weg Größer T-Mon Oh, genau das Ding hat Noice Nur wenn davon so lange nichts kommt Ist es ja egal Ähm Den Scriber von unten da Brauche ich da eine Kiste für Redstone? Ne, da reicht, wenn ich ein Port dran mache Brauche ich aber jetzt mal ein Exportboost an der Stelle Ein Export Bestimmt nie, ne? Da brauche ich wieder welche Okay, Exopos Brauche ich aber Cards Die noch welche haben wir da noch für welche? Ne, ich brauche Keine Ahnung Dass es auf jeden Fall schnell reingeht Äh Zwei, ne Brauche zwei Nehmen wir mal zehn Stück Ich habe ja noch welche da drin Aber die kann ich ja immer noch gebrauchen Hoodstone da rein Hoodstone 1,1 Millionen Da muss ich auch mal etwas machen Äh, Silikon Haben wir auch Damit er auf jeden Fall Bescheid weiß, was wo rein muss Jetzt muss ich erst wieder in die Trickkiste greifen hier vorne Insert Auf jeden Fall Falscher Ding Habe ich noch Filter Filtersystem da Weil ich auch immer gucken muss, ob ich irgendwo noch andere rumfliegen habe Ne, habe ich die jetzt gar nicht getauscht Bienen Okay, sind keine mehr Ich habe auch noch Cover und Interfaces Heißt, Kabel hätte ich auch noch da Ich nehme aber erstmal die Die auszureichenden hier So, dann nehmen wir die Tausche ich doch nochmal den Beutel Holen wir die Die Kabel raus Und tausche den Beutel nochmal zu guter Letzt Äh Uh, ich habe keinen Strom und keine Itempipes mehr Müssen wir mal kurz auffüllen Item Dankeschön Und Energy Dankeschön Wie viel, äh, Glas musst du noch produzieren? Gab's denn die Es gab da Penel Warte, mag, gibt's das nicht hier irgendwo dran? Klar, ist er dabei Ah Äh Crafting, crafting, crafting Und ich brauche noch, okay Ich brauche noch etwas Was ich auf jeden Fall sagen kann Wo Rettstone und Silikon haben ist Das haben wir das schon mal geschafft Das ist hier unten drunter Zwei Insert Mit Cart Auf rein Silikon Aber zusammen pseudo Untertitelung des ZDF, 2020